Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen mal wieder ein bisschen competitive. Das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Was zum Fick? Wir werden mies gefickt, glaube ich. Genau, ihr werdet ganz viel Baulärm hören, weil meine Nachbarn seit einigen Tagen immer noch und schon wieder sämtliche Löcher in diesem Haus zu einem Schweizer Gläser verarbeiten. Also von dem Nachbarhaushalt offensichtlich. Ähm, genau, es ist ja laut, sie sind seit 8 Uhr morgens so gegangen, ich habe kein Bock mehr. Nein, nein, es ist anders, es ist wirklich übel. Wirklich. Erstes eine Haus verkauft worden, neue Leute eingezogen, ganzes Jahr und immer noch am Rumbornen alle paar Tage. Und jetzt einfach andere, das Haus auf der anderen Seite verkauft worden, wieder Leute die ganze Zeit am Rumbornen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf mich, weil es wirklich geht. Okay, können wir jetzt mal irgendwie etwas tun? Irgendwie durchgehen? Oder so? Was erwartest du? Ich bin auch einfach diesen Bäum, ich bin nicht ehrlich. Ich sehe... Oh Gott, Digga, ich habe schon mal keine Bäume mehr. Oh mein Gott. Hop, 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 hop. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Digga, aber kannst du meine Hörschen wohl lassen? Bitte, könnt ihr bitte meine Hörschen wohl lassen? Irgendwann haben wir auch schon 50. Hörschen, wir gehen. Komm her. Hörschen, wir gehen. Komm her. Bitte. Hier, Hilfe. Mann, Digga, das spielt man einmal nach Wochen. Kompetitive, ein bisschen Support. Support, wird wieder so hart gebumst, dass man schon wieder gar keinen Bock mehr hat, überhaupt dieses Spiel zu starten. Kann ich rein gehen? Ja, weil, at least nicht Ball. Also, es muss nicht Reinhardt sein, aber es sollte nicht Ball sein. Nicht schlecht. Der Brie ist halt ein schlechter Ball. Der macht keine Ballsachen. Es ist halt ein bisschen wütter. Ja, schade. Ich weiß nicht, was unser Tank macht. Mann. Hört ihr diese Hörer-Geräusche eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, Digga. Ach komm. Hallo, Moira. Lass uns ein wenig gegenseitig zacken. Ja, nee, war eine gute Runde, finde ich. Ja, hat Spaß gemacht. Digga, der Ball hat vier Tode. Ist das ein Ball? Der sollte gar keinen Tod haben. Da fuck. Mein Gegner ist die Ash zweimal gestorben. Wow. So, wir haben jetzt alle dem Ball gesagt, dass er bitte nicht Ball sein soll und ein Müllhaufen ist. Jetzt ist er Ramatra, aber ich sehe ihn nicht. Ah doch, da ist er eigentlich angekommen. Wow. Starke Leistung. Ach nee, jetzt habe ich eine Wimper oder so einen Scheiß im Mund. Äh, fah. So, Tank wird vollgeheilt hier. Keine Ahnung. Dann irgendwas muss ich mal kurz zacken. Ich habe nämlich keine Heilung mehr für Leute übrig. Es ist aber auch schwierig. Es ist aber auch schwierig. Es ist aber auch schwierig, alle Leute gleichzeitig am Leben zu halten. Die kassiert nicht. Oh Mann. Ach komm, schweiß doch auf Digga. Ach, schweiß doch auf. Bitte schön. Hier, Tank ein bisschen gait schon. Großartig, oder? Macht Spaß? Ich weiß, machtregellijk Spaß. Ja, an irgendeinem Punkt sollte man sich halt auch einfach überlegen, wieder zugehen. Jetzt war ich zu lange da, damit ich den Tank heilen kann, der aufgestorben ist, weil der Tank da nicht rausgegangen ist. Bro, we had no space. You were fighting alone, right side, with no backup. I tried to heal you and you didn't went out and died. It's not your fault, man. I didn't say you. I know, but our Tank is stupid. We're not gonna win, like, come on. They're not fighting in space. Oh mein Gott, dieser dumme Tank. Einmal als Teamspiel. Das ist ein Teamspiel hier. Aber das verstehen einige Leute einfach nicht. Ich weiß aber auch nicht, was die Mercy tut. Also... Wir hatten kein Space. Der Tank war alleine hinter einer Wand und ist gestorben, weil er re-gerollt wurde. Ja, Digga, wir haben offensichtlich diesen Fight verloren. Wie denn ohne Tank? Oh Mann! Hat der Spiel das zu... Er tut das Spiel schon... Er macht's schon wieder. Könnte man sich einfach mal überlegen... Irgendwie eine Person so zu... Trigger zu schicken und halt alle gleichzeitig da durchzulegen. Aber nicht so nach dem Motto irgendwie... Mal gucken, was passiert, wenn man als Tank alleine zu der Mail hingeht. So, hier nochmal kurz probieren. Irgendwas zu tun. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Oh, ich war schnell tot. Ja, hat ja fast Spaß gemacht, die Runde. Cool. macht's gut. Wenn sie auch Messie hat, ist so schlecht. ich habe spaß ich habe spaß